So Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker und euren Leveln. Als erstes gehen wir in Bowser Juniors Frosty Fortress vom lieben Wurst oder auf YouTube Colin. Er meinte, dass das Level schwer ist, aber es sich definitiv lohnt, denn am Ende wartet ein innovativer Bosskampf mit Bowser Junior über drei Runden auf uns. Und ob das wirklich so ist, davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Da unten seht ihr die Level-ID und ich überzeuge mich jetzt auch mal, ob das Würstchen auch was zu bieten hat. So, okay, der Feuerball sieht schon mal ein bisschen seltsam aus, muss ich zugeben. Und sonst sieht es relativ Frosty aus hier. Oh, ne, okay, der kommt nicht ganz runter. Ist das ein Alternativweg oder muss ich erstmal hier nach oben, um irgendwie, was weiß ich, einen P-Switch oder so zu holen? Das wäre fast ins Auge gegangen, aber ich bin ja... Da oben ist ein Thromp. Ist hier ein P-Switch oder... Ne, nur ein Power-Up, okay. Habe ich das nur für ein Power-Up gemacht oder gibt es hier noch mehr? Ne, wie es aussieht... Oder komme ich da hoch? Ich glaube eher nicht. Also, ähm, der Feuerball sieht ein bisschen seltsam aus, sonst sieht es eigentlich ganz stimmig und ganz hübsch aus, muss ich sagen. Die Kombination hier mit Eis und Nicht-Eis gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich gehe mal hier weiter. Denn ich glaube, ich muss auch hier lang. So. Ah, okay, okay, okay. Die, äh, Feuerbälle hier schweben auf diesen, äh, Schienen herum. Hä? Wieso, wieso hat mich, wieso hat mich der Knochen trocken nicht getroffen? Also nicht, dass es mich stört, aber schon ein bisschen seltsam. Ähm, was mich hier beim Bosskampf erwartet, da, da bin ich auch schon mal, schon mal gespannt. Er meinte ja, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Aber, ich muss sagen, so, äh, ein Bosskampf über drei Runden hört sich für mich erst mal... Okay. Bisschen uncool an. Ah, Spinjam wahrscheinlich, oder? Wo ich sterbe? Nee, sehr schön. Okay, da komme ich locker hoch. Und hier brauche ich einen P-Switch. Hier brauche ich einen P-Switch. Nee, nee, das ist kein P-Switch. Auch kein P-Switch. Auch kein P-Switch. Okay. Dann gehen wir hier erst einmal weiter. Das blöde ist... Was? Oh, je, je, schon mal riesige Koopashells. Die machen das Ding erst mal kaputt. Aber dadurch wird der Feuerball hier freigesetzt. Das gefällt mir gar nicht mal so sehr. Verpiesel dich. So, jetzt da noch mehr. Komme ich da auch hoch? Ja, perfektissimo. So, auch dadurch, die Tür ist hier ein P-Switch. Nee, hier ist ein Leben. Hier ist ein Leben, Leute. Aber ich soll wahrscheinlich in die Tür. So wie der Pfeil mir das andeutet, soll ich da... Oh! Alter, hat mich das Ding erschreckt! Junge, Junge! Uiuiuiui. Und? Kommt hier ein P-Switch raus? Ja, perfektissimo. Okay, sehr schön. Gut, dann können wir hier auch wieder zurück. Und dann kommen wir dann auch ein Stückchen weiter, meine lieben Freunde. So, erstmal komm du mal runter. Komm mal runter von deinem Huhn. Nein, das ist ein bisschen... Superoptimal. Das ist ein bisschen superoptimal. Ist der Pilz noch da? Natürlich nicht. Oh, super. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, da bin ich wohl auch ein bisschen selbst schuld. Was heißt ein bisschen? Ist das... Nein, nein. Das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Denn das hätte auch echt ins Auge gehen können. Okay, wieso bin ich da überhaupt gesprungen? Ich hätte einfach easy peasy dort drüber rennen können. So. Okay, kein Problem, kein Problem. Ich bin ja Jump'n'Run-Meister der 50. Ebene. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht, deswegen sage ich das nochmal. So, ich gehe nochmal hier hoch. Denn ich glaube hier... Warte... Oh Mann. Wieso kein Power-Up? Wieso kein Power-Up, lieber Colin? Liebe Wurst? So. Oh. Yoshi. Yoshi nehme ich ganz gerne mit. Muss ich zugeben. Und eine Feder. Eine Feder nehme ich auch ganz gerne mit. Hat das schon was mit dem Boss-Kampf zu tun? Mit dem Bowser-Junior-Kampf? Hmm. Eine Feder und eine Feuerwehr. Ich behalte erstmal die Feder. So. Okay. Ui. Ui, ui, ui. Okay, okay. Das ist ja... Das ist ja wirklich cool. Aber Moment. Kann der nicht... Nee, Moment. Kann der nicht... Wenn ich das richtig timen sollte... Nee, nee, nee. Der fällt nicht drunter. Ich dachte, der fällt drunter. Aber nee, tut er nicht. Und dann kommt weiter Bowser-Junior. Das finde ich ganz witzig gemacht. Muss ich sagen. Das ist echt witzig gemacht. Hier so mit... Mit hier dieser... Äh... Bewegenden Plattform. Dieser Arena mehr oder weniger. Die uns hier nicht rauslässt. Aber ich muss sagen, ähm... Es ist ein bisschen blöd. Wenn jetzt halt nur drei verschiedene Bowser-Juniors kommen. So, weil die sind ja nicht wirklich schwer. Und das ist tatsächlich... Ui, ui, ui. Warte. Warte, ich habe nichts gesagt. Doch. Okay, ich habe was gesagt. Und zwar... Das ist... Also, die Grundidee finde ich echt richtig cool. Muss ich sagen. Und irgendwie hat es geschafft, dass man es nicht hinkriegt, dass der Bowser-Junior da runterfällt. Wieso? Wieso fällt es nicht drunter? Liegt das an den... Nee, es liegt nicht an den Schienen. An was liegt das denn, dass Bowser-Junior nicht drunterfällt? Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd hier. Aber gut. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler, den man bestimmt verkraften kann. Aber der Kampf... Äh... Ja, äh... War echt cool. War vielleicht ein bisschen zu lang. Also, dieses über drei Runden hätte nicht sein müssen. Aber sonst... Ey, das Leben hat mir echt gut gefallen. Waren echt coole Ideen dabei. Was mir auch gut gefallen hat, ist das, ähm... Okay, es ist am Ende ein bisschen hässlich aus hier mit der Tür. Aber sonst, ähm... War das Ganze echt stimmig hier mit dem Eis und so. Waren echt übertrieben mit dem Eis. Also, hat mir echt gut gefallen. Gerne mehr davon. War schön, war schön. Wie gesagt, der Bowser-Junior-Kampf war ein bisschen in die Länge gezogen. Aber sonst, echt coole Idee. Hier, äh... Könnt ihr das Level selbst mal spielen, wenn ihr denn Lust habt. Und wir machen dann eigentlich auch gleich weiter. Mit dem nächsten Level, das da wäre... Memory Mansion vom lieben Tatouan oder Tatouan. Oder keine Ahnung, wie man da ausspricht. Tut mir leid. Er meint auf jeden Fall, dass das Level viel Liebe zum Detail hat. Äh... Immer fair ist. Und auch, äh... Innovative Hindernisse vorhanden sind. Ob das stimmt, davon könnt ihr auch selbst überzeugen. Da unten seht ihr die Level-ID. Aber ziemlich hohe Töne, die du da spuckst, mein... Spuckst, mein juter, juter Freund. So, was gibt's hier erst einmal? Okay. Das war... Ich hab irgendwie ein Rätsel gelöst. Was auch immer ich für ein Rätsel gelöst hab. Ach so! Ah, ich hab mir merken müssen, welches das Richtige ist. Okay, okay. Ja. Oh, ne. Gibt's hier auch irgendwie ein richtiges? Ist hier was? Nein. Oder ist das nur... Ne, okay. Nummer 2 ist richtig. Nummer 2 ist richtig. Merken wir uns das. Okay. Äh. Okay. Warte, hier war was, oder? Hier ist doch was. Ja, okay. Hier ist was. Aber Nummer 2 war richtig. Was bringt mir... Soll ich mir das trotzdem noch... Was? Ja. Da. Oh Gott. B... Also... Aha. Ja, immer fair. Immer fair ist jetzt so... Okay, das war dumm von mir. Das zweite war dumm von mir, aber immer fair ist so eine Ansichtssache. Ich fand das jetzt... Gerade nicht zu megamäßig... Fair, muss ich sagen. Okay, das sind Buchhus und das sind... Oh, komm. Oh Gott. Und da kommt... Da kommt Frump. Also... Oh Gott. Was? Was? Was zur Hölle? Immer fair. Immer fair. Man sieht's. Man sieht's. Sehr fair. Halt, was zur Hölle? Also das stimmt schon mal nicht. Tut mir leid. Das war keinesfalls fair. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Aber... Moment. Können wir hier nicht einfach durch... Ne, Moment. Hier wissen wir ja schon, dass das der zweite ist. Aber hier können wir nicht einfach durchfliegen? So. Wenn du das mit fair meinst, dann kann ich dir zustimmen. Das ist in der Tat fair. So. Nein. Oh Gott. Nein! Ich komme hier nicht weiter, oder? Ich komme hier nicht weiter wegen der Röhre. Und ich kann auch nicht mehr fliegen. Ich kann da nicht mehr anlaufen. Alter, nein! Ich habe es mir selbst gerade verbaut. Oder Moment. Wir hoffen einfach mal darauf, dass da irgendwo irgendwas ist. Ist da was? Natürlich nicht. Na gut. Dann fliegen wir lieber doch nicht so weit. Gut, gut, gut. Da hat er ein paar Sicherheitsmaßnahmen getroffen, damit man da nicht einfach durchrascht. Gut, gut. Das ist legitim. Aber immer fair sehe ich noch immer nicht. Vielleicht muss ich das mit dem Timing besser machen. Vielleicht habe ich das Scheiße mit dem Timing gemacht. So, warte. Wir gehen hier sofort rüber. So, damit die... Nein! Scheiße auf das Timing! Geh runter! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Gott! Okay, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, das ist ein Leben. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber, äh... Zum Glück habe ich es mit dem Power-Up hier durchgeschafft. So. Oh, ja. Oh, das ist... Das war ja ein Frump. Tut mir leid, was ist das ein bisschen zu laut geworden? Immer fair. Wir merken uns immer fair. Immer fair! Immer fair, Freunde. Immer fair! Gott! Also, so megamäßig finde ich das noch immer nicht. So, jetzt sind wir hier an diesem Punkt. Ja, hier müssen wir uns merken, das war die 2. Die 2 war richtig. Ich weiß es doch. Ich muss mir nichts sagen. Ich weiß doch, dass die 2 richtig ist. Nein! Oh! Geht weg! Geht weg! Ihr dummen Boohus! Ja gut, da muss ich... Das muss ich einfach besser timen. So. Komm jetzt. Hier. Ich fei... Ach, komm! Ey, tsch! Boah! Da ist bestimmt ein P-Switch. Ja, jetzt... Ich habe schon verloren. Ich habe schon verloren. Wir sehen uns gleich wieder hier. Das ist nicht ganz so fair. Immer fair. Immer fair. Immer fair, Leute. Merkt doch. Das Level hier ist immer fair. Okay, ich habe es nochmal geschafft. Diesmal sogar mit Cape. Ich hoffe, diesmal klappt es besser. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schick. Ich bin schon einige Mal gestorben, muss ich sagen. Hier bei dem Versuch, ähm, den P-Switch, äh, den P-Switch, P-Switch zu holen. Den hier nämlich. So. Ähm, diesmal schaffen wir es hoffentlich ohne zu sterben. Denn eigentlich sollte das jetzt nicht allzu schwierig sein. So. Komm hier hoch. Okay, perfektissimo. So, dann gehen wir wieder runter. Legen den hier hin. Und zack, rauf da. So, komm. Weg da. Weg da. Weg. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie ein Secret? Hier ist nochmal eine Feder. Sehr nett, sehr nett. Das ist mal nett. Dankeschön dafür, für die Feder. Okay. Ich bin jetzt, ich weiß nicht, schon irgendwie fünf, sechs Mal hier gestorben, muss ich zugeben. Und das hat mir ehrlich gesagt, eher weniger gefallen. So, ich töte erstmal die Dinger da. Denn die kann ich ja wegfletschen ohne Probleme. Da unten ist ein Buhu. Da unten ist ein Buhu. Das gefällt mir nicht. Moment, ich kann sie auch so erlegen. Okay, Moment. Hier oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das fünfte von oben. Ist hier unten vielleicht noch was? Nee. Nee, das fünfte oben. Das fünfte oben merken wir uns gut. So, was gibt es hier? Hier muss ich nicht hoffentlich auch irgendwie eine Münze treffen, die die fünfte von oben ist. Das geht ja in die falsche Richtung. In die falsche Richtung. Okay. Okay. Ich würde ganz gern die Feder behalten. Wollte ich gerade sagen. Oh, jetzt ernsthaft. Okay, okay. Das geht ja sogar. Das geht ja sogar. Immer fair. Das Level ist immer fair. Okay. Das Level ist immer fair. Danke für den Pilz, den ich gleich wieder verliere. Bekomme ich hier noch einen? Nein, bekomme ich nicht. Bekomme ich nicht. Bisschen zu viel. Merkst du vielleicht selbst, dass das bisschen zu viel des Guten ist? Wie auch immer ich das geschafft habe. Wie auch immer ich das geschafft habe. Ich will eigentlich den Koopaschein mitnehmen. Okay, okay. Ey, Leute, komm. Was? Wo bin ich? Wo? Was? Ernsthaft? Geh weg. Weg da. Stirb. Stirb. Bleibt das jetzt die ganze Zeit hier drauf? Kannst du nicht? Ei, ei, ei. Nein. Immer fair. Immer fair. Okay, hier sind wir wieder im immer fairen Level, dass... Okay, wenn man hier steht, wird man echt getroffen. Außer... Oh Gott. Hier obere fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Außer man reagiert echt gut. Okay, okay. Ich muss echt sagen, tut mir leid. Ich sage das jetzt immer und immer wieder, aber... Ah, okay, ich muss fliegen. Ich muss fliegen. Und... Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber teilweise ist das Level halt wirklich leider etwas unvergestaltet, muss man sagen. Es gibt einige Stellen, an denen man... Okay. Ich mache das jetzt. Perfekt. So. Es gibt einige Stellen, an denen man echt ziemlich schnell den... Hä? Wie sollte ich den P-Switch benutzen, wenn ich doch hier durchwirbeln kann? Wieso habe ich den sonst? Nein, warte. Nein, ich würde... Also nochmal. Wieso sollte ich den P-Switch benutzen, wenn ich hier durchwirbeln kann, hä? Wieso, wieso, wieso? Und rüber da? Oh, komm. Rüber. Ich will den behalten. Ich will den ganz... Oh, komm, ich will den behalten, den P-Switch. So. Oh, Mann. Komm jetzt, wirklich. So, jetzt. Wisst ihr was? Betätigen wir halt einfach den P-Switch. So. Bist du jetzt zufrieden, Level? Störder, Level? Ach so. Ich muss den auch betätigen, sonst wäre ich hier wahrscheinlich gestorben. Okay. Ich muss sagen, ähm... Im Prinzip nettes Level. Nette Ideen. Aber es ist halt wirklich nicht immer fair. Es gibt... Ich kann einige Stellen... Ihr habt sie auch teilweise gesehen. Ähm, es gibt zum Beispiel dort bei dem P-Switch, ähm, am Anfang, wo man dann, äh, bei den Fromps rüberrennen muss. Wenn man da... Oh, Mega-Man-Level unten. Ähm, wenn man da kein, äh, keine Feder hat, ist das echt ziemlich, ziemlich schwierig, weil die, die Fromps, die, die fallen nicht immer sofort runter und, äh, ja, dann, äh, wird das ein bisschen knapp mit der Zeit vom P-Switch her. Und sonst gibt es auch die ein oder andere Stelle, die ein bisschen frustrierend ist. Deswegen eher kein Stern, den ich hier vergebe. Ähm, im Prinzip, wie gesagt, nettes Level mit netten Ideen. Ähm, aber teilweise auch ein bisschen frustrierend und... Tut mir leid, aber nicht immer fair. Aber probiert es selbst mal aus und vielleicht habt ihr eine eigene... Beziehungsweise, ja, natürlich habt ihr eine eigene, aber vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung dazu. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Level, nämlich... Mini-Mega-Airship von Turuk. Und der meinte, dass er an seinen ganzen Leveln über drei Stunden saß. Jeweils drei Stunden? Ne, vier Stunden. Ähm, ich hoffe doch pro Level vier Stunden, weil... Vier Stunden für den Moment, wie viele Level hat er eingeschickt? Eins, zwei, drei Level. Findet gar nicht mal so viel. Weißt du, wenn man sie auch selbst testet und so. Äh, deswegen... Aber gut, schauen wir mal. Aber wie ist Super Mario World? Oh mein, sollen wir den ganzen Part wahrscheinlich nur mit Super Mario World leveln? Aber gut, was sollen wir machen? Schauen wir uns mal an. Ist ein, ähm... Mini-Airship, nehme ich an, mit Mega-Gegnern. Deswegen Mega-Mini-Airship. Ne, wir sind auch Mini-Gegnern. Ah, okay. Das ist das, ähm... Also er hat so dieses... Diese Technik genutzt. Oh, diese Technik. Ey, schau. Er hat krasse Technik genutzt. Ähm, bei der man durch die Röhren geht. Und dann hat man einen identischen Raum. Aber, äh, da ist dann... Haha, sehr schön. Wir haben ein Secret gefunden. Aber da ist dann halt, ähm... Es sind große Gegner. Beziehungsweise man hat dann das Gefühl, ey, die Gegner werden größer. Dabei werden sie gar nicht größer. Sondern, ähm... Es sind halt einfach andere Gegner. So, okay. Da bekommen wir noch mal extra... Hier, stirbt! Wieso habe ich sonst die Koopa-Shell dabei? So, ich würde die eigentlich ganz... Hallo? Ich würde die ganz gerne mitnehmen. Dankeschön. So, denn, äh... Die ist ein ganz nützlicher Helfer. Gegen... Im Kampf gegen das Böse. Wie zum Beispiel gegen diesen... Ich weiß noch immer nicht, wie der Dicke heißt. So, egal. Jetzt habe ich meinen Pilz verloren. Aber ich habe die Koopa-Shell. Okay. Hallo, Maxi-Fromp. Also, äh... Das ist echt nett gemacht. Das ist wirklich schön gemacht. Muss ich sagen, hier... Da kommen wir hier vielleicht noch... Power-Up. Nee, natürlich nicht. Nein! Oh, der Riesen-Koopa hat meinen Mini-Koopa get... Nee, Moment. Jetzt bin ich wieder hier. Nee, ich glaube, ich will ganz nach links. Kann das sein, dass ich ganz nach links will? Oder, äh... Ist hier irgendwie ein Secret oder so? Ja. Hm. Ich bin wieder am Anfang. Oh, Mann. So, okay. Gehen wir nochmal hier durch. Gut. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Ohne hier irgendwas zu... Zu betätigen. Aber ich habe ein Problem. Nämlich, dass ich klein bin oder doch sterbe. Ach ja. Aber gut. Kein Problem. So, solange es immer fair gestaltet ist. Das... Ey, das muss der Titel dieses... Dieses Parts werden. Immer fair. Immer fair. So. Ich mag immer faire Level. So. Natürlich. Jetzt hier, äh... Hier Hashtag No Hate gegen irgendwen. Also nichts Böses gegen den Level... Äh... Ersteller des letzten Levels. Ist aber halt auch irgendwie witzig. Oh Gott. Da war ich doof. Da war ich einfach doof. So, ähm... Hier muss irgendwo ein Sieg... Also irgendwie... Was muss hier sein? Da oben geht es weiter. Aber da oben komme ich ja nicht hin. Wo muss ich denn dann sonst hin? Hm. That's the question. The question is... Wo muss ich hin? Oh ne? War ich schon mal hier? Ja, oder? Hier war ich schon. Und hier war ich auch. Muss ich hier hoch? Ja. Das sieht mir richtig aus. Das sieht korrekt aus. Ich schau, Bruder. So. Okay. Weg mit euch. Bam. Sehr gut. So, dann benutze ich dich, um da vielleicht irgendwas frei zu... Ne. Tu ich nicht. Gut, aber hier die Clowns-Quatch. Okay. So. Ba-bam. Ba-bam. Äh, ich muss sagen, bis jetzt, äh, echt nicht levelt hier vielleicht ein paar zu viele Kreissägen. Beziehungsweise unten hätte man es so gestalten können, dass da vielleicht keine Kreissägen... Wieso... Wieso wird das jetzt gemixt zwischen, äh, großen und kleinen Gegnern? Das gefällt mir wiederum nicht. Mir hat das Ziel gefallen, dass hier, äh, wenn man durch die Röhre... Alter! So. Ich dachte schon. Oh, ich dachte schon, es geht hier nicht durch. Dann hätte... Falsch. Falsch! Ich bin hier falsch, Leute. Ich komme dann hier wieder zurück. Da oben ist Mini... Äh, Mini-Bowser. Bowser Junior sagt... Jetzt sage ich schon Mini. Mini-Bowser... Ne, Bowser Junior. Ähm. Nach links. So, ah, aha, deswegen auch die Kreissägen hier. So jetzt, also das ist natürlich ein bisschen blöd mit dem schwankenden Bildschirm. Aber da kann man, hey, hier kann man ganz easy durchschlüpfen. Ich will es jetzt nicht probieren, weil dann sterbe ich so, weil ich nur noch Mini bin. Aber hier kann man bestimmt durchschlüpfen. Also da kann man sich das Level echt ein bisschen erleichtern. Und dann kommt man einfach hier hin. Okay. Oh, das ist auch falsch. Das könnte natürlich auch eine Finte sein. Ne, halt sieht korrekt aus. Sieht korrekt aus. So, okay. Moment. So, Moment. Ich nehme ein Ohr. Und zack. Bitte? Ah, schade. Ja, gut. Okay. Nein. Komm her. Oh, du sollst auch einfach weiter... Ne, da bekomme ich einen Stern. Da bekomme ich ganz bestimmt einen Stern. Was habe ich da bekommen? Ein Pils. Sehr schön. Du hast ein bisschen unschön gemacht, dass man... Ne, eine Wolke. Eine Wolke. Ui, 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 ui. Okay, okay. Okay, da bekomme ich eine zweite Wolke. Warte, ich warte einfach ab, bis die ausgeht. Weil ich will da nicht runterspringen. Ich bin doch nicht lebensmüde, dass ich runterspringe. So. Und dann geht die aus. Oh. Oh Gott, da wurde ich fast getroffen. Was? Wieso? Wieso? Was zur Hölle? Wie doof ist das denn gemacht? Oh, das war jetzt richtig doof und unfair. Ja gut, okay. Na. Aber was? Hätte ich da echt jetzt runterspringen sollen? Komm, das kann mir keiner erzählen. So, was bekomme ich hier? Power up. Nein. So, jetzt zeige ich euch, wie man das abkürzen kann. Nämlich ganz easy so. Haha. Das ist natürlich... Ja gut, wenn man das weiß. Ist das eine ganz kurze... Ganz coole Abkürzung. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so gedacht. Nun gut. Diesmal versuchen wir uns nicht von Bowser Juniors Koopa Shels treffen zu lassen. Sondern holen wir uns am besten hier die Feuerblume. Und treffen im besten Fall auch noch Bowser Junior. Schön. Oh ne, das war blöd. Schön in die Phrasen. So, nein, nein. Weg mit deinen Hämmern. So, hier hast du deine eigene Medizin, kleiner Bowser. Und dann war es das... Oh. Flieger hin. Wuff. Gott. Gott, Gott. Nee, hier hin. Hier hin muss ich. So, rein mit dir, lieber Mario. It's a me, Mario. Oh. Oh. Spring, 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 spring. Immer sachte mit den... Müde... Nee. Wie heißt... Immer sachte mit den... Jungen Pferden. Wie heißt das Sprichwort mit den Pferden? Ich weiß nicht. Immer sachte mit den... Mit den jungen Pferden, oder? Immer sachte mit den jungen Pferden. So hieß das Sprichwort, oder? Ach, keine Ahnung. Einem geschenkten Maul schaut man halt nicht ins Maul, meine Damen und Herren. Okay. Uiuiuiui. Das ist ein bisschen brisant hier. Wieso hat die Plattform eigentlich Flügelchen? Bringt das irgendwas? Oder soll das nur Dekoration sein? Also jetzt mit einer ernst gemeinte Frage. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn es nur Dekoration ist. Nur Frage. Ich glaube, das ist nur Dekoration. I think so. I think so. Schauen wir mal. Oh. Da ist das Ziel. Und wir werden ins Ziel geflogen. Okay, das war ein schönes Level. Hat mir gefallen. Muss ich sagen. Ja. Die einzige Stelle, die halt vielleicht ein bisschen anders überdacht werden könnte, war das dort mit den Clownskutschen und den Wolken, wo man da durchschlüpfen kann. Und ja, dort die Wolke, die dann auf einmal verschwindet. Aber man kann auch mit der ersten Wolke ganz durchfliegen bis zur dritten Wolke. Ist mir dann auch später aufgefallen. Deswegen gibt es den Stern. Und das war ein schönes Level. Ja, hat mir gefallen. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr so, werdet euch über Feedback freuen. Und die Level erstellen, würden sich selbstverständlich auch über Level freuen. Und noch mehr würden sich darüber freuen, wenn ihr die Level selbst spielt. Also tut es einfach mal. TUT ES! Und bis zum nächsten Part. Schönen Tag noch. Alles Gute und TÜDELÜ! Tschüss! Schönen Tag noch mal.